Talia, Anivia, Jyn, Varus, Fiora... Oooooooooooooooooooooooooooo Ooooooooooooooooooooooooooooooo eben schon gespielt. See you later, AQ haben wir gespielt. Thank you. Möglich. Hä? Was geht denn jetzt ab? Alter, was ist denn das für eine Morgana? Ja, dachte ich mir nämlich auch gerade. 2,4 Millionen Punkte. Sag mal, an wen sind wir denn da geraten? Naja, 170, ne? Alter, die muss ja die musste ja nur gespielt haben. Nicht zwangsweise. So gut wie. Aua. So viele Punkte würde ich auch mal auf dem haben. Da spielen wir noch 5 Jahre. Täglich. 20 Spiele. Ohne Pause. Ohne Zeitlich auch. Ja. Ja, pro Pause geht schon. Ja, nach den 20 Spielen. Mhm. Boah, das ist abartig. Das denken die sich wahrscheinlich auch. Jung. Alter Verwalter. Aber die sind E, see you later und thank you, glaube ich, die hatten wir doch eben schon. Ja, aber auch ein gegnerisches Team. Bei dem Varus bin ich mir nicht sicher. Nee, ich glaube, der Varus und der Dinter ist vorher in einem äh, der der jetzt Varus ist es vorher äh, der der jetzt Anivia ist es, glaube ich, vorher Varus gewesen. Ich brech ab, ey. Äh, bitte lass mich jetzt nicht hängen. Wortwörtlich. Spiel einfach ganz normal hier. Spiel einfach mal ab, du. Du bist doch nicht super. Lange nicht mehr gehabt, so hart. Du willst nochmal spielen? Äh, tsch. Mhm. Nicht mit mir. Ich darf ja wahrscheinlich gegen die Fiora oben ran. Hm. Das sollte ich hoffentlich hinkriegen. So, ich hab keinen Plan, wie man ihn spielt. Noch nicht auf Speed. Hä? Noch nicht auf Speed. Der sollte sein Rework nämlich noch erst mal auf dem PBE haben. Echt jetzt? Ja, das Rework ist noch nicht live. Ist erst auf dem Test-Server. Wie spiele ich ihn denn jetzt? Oh, das sind die wir schon. Da, klatsch mir doch gleich ein Wort dahin. Oh, ich hab Fiora hier oben. Ich weiß nicht, wie man ihn spielt, Alter. Äh. Q, E, W. W, damit du halt so die Bonusrüstung kriegst. Alter. Alter. Juuuungsss. Wann, die hatten voll im Wade. Was ist denn bei denen verkehrt? Alter. Ja, da brauche ich jetzt noch nicht rein. Komm weg da. Wollt ihr mich rollen? Wollt ihr mich rollen? Dreckigen Bastarde. Leute. Ich bin überall schon Dings hingesetzt hier, Wards. Leute! Oh, ich bin tot. Jetzt bin ich froh, dass wir hier eine gechillte Toplane haben. Ehehehe. Meine Güte, was soll denn der Scheiß? Ich freu mich mal ums Einfacheres. Ich bin euer schlimmster Alperaum. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! dann liege ich ja nicht so sehr unterm Tower. Ja, ist nun klar. Ne, ich meine das deswegen, weil die dir sonst ne Mauer in den Rücken setzt, deswegen. Lass den Hass durch dich fließen. Ich könnte es, ich könnte es behaupten, dann mach dich klar, aber hm. Also mit vollem Leben, ey, was ist denn da wieder los, mit vollem Leben kann ich, kriege ich die Fiora klein. Okay, ich weiß was ich mir nach den Schuhen anfange zu bauen. Achtung, der Jungler kommt auch noch mit dazu. Mhm. Was wollte er denn jetzt von mir, alter? Hm, ich glaub Ringer wollte Hilfe. Ja, ging bloß eben nicht. Und jetzt hat die Fiora erstmal verschissen. Ich weiß nicht mehr, was macht Fiora's Reality. Boah, ist jetzt nicht wahr. Naja, das macht keinen Sinn da jetzt. Ich weiß nicht mehr, was ich nicht mehr so gut. Ich weiß nicht mehr, was ich nicht mehr so gut. Ich hätt' vielleicht hier den Port-Anschen-Flash mitnehmen sollen. Was sollte bei mir denn noch ausreichen, jetzt noch mal wieviel aufzunehmen? Jetzt hab' ich Missfire gemacht. Nice. Ich hab' das dumpfe Gefühl, ihr habt euch gegenseitig getötet. Ja. 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 Tod ist Tod. Ja, wenn der hier... Ich wusste nicht, ich dachte, der wär' hier auch schon raus mit dem Attack-Speed-Scheiß. Hm, ne, noch nicht. Ah, weise Worte, Renga, weise Worte. Was ist denn jetzt schon wieder? Naja, da krieg' ich noch die Themen gefragt, warum die so Tryhards sind. Ja. 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 Da. Ja. 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 das ist doch nicht für spieler gegen der türkei das könnte vielleicht bedeuten dass die aus der türkei sind alter geht der scheiß sturm lange der eisturm der geht so lange wie anivia will verbrennt halt dann kontinuierlich mana und und Ich glaube, die Fiora spielt nicht so häufig gegen Trönders. Ich habe das ganz dumme Gefühl, ich sollte mich jetzt langsam ein wenig in die Teamkämpfe einmischen. Ich werde eh schon gehatet, von daher. Wahrscheinlich einfach nur das falsche Setup. Und ich spiele ihn das erste Mal, also sorry. Ach, alles gut. Ist alles eine Lernerfahrung. Oh, ich bin doch so dumm, warum baue ich das nicht? Oh, jetzt wieder an die wir hier mitmischen. Komm mal her, du dummer Vogel. Oh, ich muss das noch 15 Sekunden safe spielen. Komm schon, Kuh, kommt schon, Kuh. Leute! Na, ich habe hier gerade einen dicken Überfall mit einem Eisvogel gehabt. Und eine Fiora. Das Problem ist, wenn ich dem Vogel jetzt engage in Tour. Entschuldigung. Oh. So ein paar kleine Hatter waren mehr oder weniger gut durch. Super-Renga kann ich auch. Super-Renga kann ich auch. Oh nein, es wird nicht aufgegeben, wer ist Tristan oder so und so. Oh, die Morgana, ey. Das wird ein Gemetzel. Gut, dass die mich nicht gesehen haben. Oh, die haben mich gesehen. Ihr wollt nicht gegen mich kämpfen. Oh. Pass auf, da ist noch wer. Ja, Fiora, aber Fiora kann nix. Siehst du, da landest du ein paar Crits und dann sind sie weg. So, jetzt geh ich nochmal zurück Base, die 2400 von ausgegeben werden. So, dann baue ich jetzt die titanische Hydra fertig. Ah, nicht die titanische, die gefräßige. Und dann geh ich mir Rageblade holen. Wenn ich das zusammenkriege, dann bin ich richtig assi. Okay. Okay, da war ich gerade vielleicht etwas überambitioniert. Ich werde mich mit der Will gleich rausfeuern. Oh, engage das doch. Renga bleibt einfach hinterm Tor. Nimm. Oh. Okay. Okay. I gotcha. Ich bin einfach aqui. Oh nein. You gotcha. You gotcha. Okay. Die mit ihrer scheiß Eiswand hier, ne? Ja... Jani wie ein Nerv ganz schön Alter Ich drück doch schon die ganze Zeit den scheiß Button Und es passiert einfach wieder nichts Was macht die Morgana eigentlich? Keine Ahnung Kriegt die überhaupt irgendwas mit? Ich glaub die hat einfach keiner keinen Bock mehr Ja so wie das bei ihr aussieht sind das nicht äh sag mal schnell 2,4 Millionen Spielpunkte Das sind 2,4 Millionen Salzpunkte bisher bei ihr Danke, die wollte ich grad nehmen Ups Oh Miss Fortune, was war das denn? Jaa, knaah Die Moment, wo ich geflasht hab, weißt du? Mhm Gin 13,1 Anivia 12,3 Ja, der jungler, der ist ein bisschen für den Arsch und vaus hat 5,3 Ich bin jetzt mal memory Ich habe die Befürchtung, das war's. Tja, bis vorhin hättest du jetzt seine Ulti noch, ne? Alter, warum nimmt denn der? Die stehen direkt neben mir und warum kann ich die Ulti nicht nutzen? Oh, den müssen wir jetzt auch vernünftig sammeln würden. Irgendwas richtig, richtig hart verbrannt, Alter. Du hast aber keinen Braten im Ofen. Was macht die Morgana? Oh, warum geht die Morgana den Daugensplit pushen? Ah, ich raste aus. Wollen wir jetzt echt versuchen, Baron zu machen? Gegen das komplett überfeedete Team. Ja, sorry, aber nee. Ja, komm, lass sie rein, ich hab auch keinen Braum auf die Scheiße. Ja, zu blöd, dass ich Nein gedrückt hab. Ja, aber komm, ganz ehrlich, was willst du jetzt noch machen? Machen? Gar nichts. Aber ich gönne, dass den Vollfoss nicht die Ars blöd pushen gehen oder dann immer getrennt irgendwo hinlaufen wollen. Dass die dann einfach da schnell aus dem Spiel rauskommen. Ja, nein. Das war's für heute. Vielen Dank.